Wir spielen heute Brawl Stars, aber Solo, schau da, also Solo-Runden, ja, es geht los. Entschuldigung Leute, dass ich die ganze Zeit bei den Videos verkackt habe, aber ja, jetzt spielen wir einfach Solo-Runden und jetzt wird abgestoppt. Der war Knut. Leute abonniert mich bitte, denn es läuft ein fettes Gewinnspiel. Aber das darf ich dir nicht verraten, erst wenn ihr mich abonniert. Leute, wir sehen uns, dass wir hier nicht verraten, dass wir hier nicht verraten, dass wir hier nicht verraten können. die runde wurde passiert dann gehen wir jetzt in die nächste runde leute aboniert mich bitte der wollte uns so verarschen einfach nichts sagen okay Go! Leute macht diesen Trick immer Einfach nach unten oder nach oben gehen Und dann einfach warten bis der andere die Ton aufmacht Ok Leute rasiert Das war richtig knapp Oh mein Gott wer ist jetzt fünfter dran? Ich hoffe nicht Wie immer nicht Ich habe noch einen Ich habe noch einen Ich habe noch einen Pilate kommen jetzt aus ihm wieder. Als ob wir ihn nicht gehört haben. Als ob wir ihn nicht gehört haben. Das ist nur mein Bruder. Ach man, der lässt doch gar nicht. Ich wette, jetzt holt er mich. Oh mein Gott. Okay, wir haben die Runde rosiert. die Leute, das war mein Bruder, der nervt die ganze Zeit, weil er den WLAN-Passwort will. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Ich wäre jetzt hinter gewesen, ey. Okay, Leute, ich hoffe, wir lassen sie sehen. Ey, man, diese Gegner hat mir heutzutage. Oh mein Gott, Leute, die sind gerade richtig gut. Gut. Auf Ehre zündig jetzt bitte. Ach man, immer diese Abstecker. Oder wieder Plus. Ich bin mal mit Bull, ich hoffe, wir rasieren. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. 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 Ich wusste gar nicht, dass wir den jetzt noch passieren. Okay, egal. Jetzt gehts einfach weiter. Leute. Leute, ich zeige euch meinen eigenen Account. Oh mein Gott. 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 Und es zwar schon ein Showdown. No. Orationsinfoist. İns misma ihr boughten ohnejach, das wenn man sie macht. bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.